Hier im Bizeps glaube ich ist das oder so irgendwie seitlich oder Bizeps Das tut dann nach einer Zeit richtig weh, man spannt dir die ganze Zeit an dabei Es kam kein Sound, was ist da los? Das hat absolut niemand gesehen Das war der On-The-Point-Flashing-Move, Leute Darauf erstmal Haferflocken Nice Flash, Alter Oceanian-Flash Die Gegner kommen wieder, die jetzt eng werden Eventuell haben wir jetzt, wir haben verloren Wir haben verloren, Leute Außer die Wendlers Zion lebt noch, Zion lebt noch, Zion lebt noch Nice Das war schon wieder, also wir hatten jetzt verloren gehabt Uff Uff, 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 uff Das eine Mal musste ich meinen Ultraschwendler für, so war es So sei, dass die Boys of Germany noch zu mir kommen Wir können sie aber eventuell, sie ist noch takeable Sie ist noch takeable Very takeable Äh Aber ich glaube sie ist take, sie hat auch nicht so viel Mana mehr zur Verfügung Okay, jetzt ist sie Level 6, das ist jetzt schlecht Very schlecht Very int Jeder würde ich fallen, oh geil Italien, weg Italien Einfach geitalien Ich hab da instan Da Bro, geh doch drauf Bro, why you no go draw Auto check Auto check Auto check Noch ein auto check Bro, der hätte sie blocker italien können, aber er hat's nicht Der, einfach der Kane So geht er raus, ich hab sie sogar gestunt Ich hab dir gestunt Ich hab, ich mach halt Du musst nur kommen und taken in der Mitte bei mir, mehr ist es gar nicht Come and take Ähm, wie ist tanky wie sonst was, die Hölle Ich bait sie noch ein bisschen, jetzt kommt es dann Äh, ich bin ein Mego Mega Wurf Mega Wurf Ja, auto check Was war das denn? Ahhhh, zsach amoi Was war das denn? Ja say Ja welcome Morell, we need Ähm, italien? Nee, da geht kein Obwohl Nice Komplett weg italienisiert Aldo Meda Das Alto Meda, kennt ihr das? Da wird halt Die, der, die gemessen Wie alt die Gegner sind Nachdem ich sie komplett umrasiert habe Weil die halt einfach an Alter zunehmen Wir brauchen unbedingt Morellen, Alter Quadra Morellen brauchen wir Die sterben ja überhaupt nicht Und Shadows, das sind wir da komplett impen Die sterben ja komplett impen Italienisiert Ah, malo Drei Mal vernichtet Why, dann nehme ich die da Oh ja Oh ja, geil Frage ist, läuft die nach links Ja, wahrscheinlich Random Oh my boy No Why you do this to me Ja, perfekt genutscht Zach amoi No 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 Ich hätte sie igniten sollen Du hast sie igniten Das ist ein Greedy gerade Aber Hä Wie What's the damage Hitbox Ich stand voll nicht drin Bin ich so dick oder was Ich stand voll nicht drin Ich stand hier Und der Laser war hier Hitbox Man kann sowas ruhig immer baiten Weil wir haben halt Barrier Wir haben halt Barrier Leute, seid ihr dabei? Würdet ihr mich unterstützen, wenn ich sie jetzt outplaye? Zack Aber wir können auch so Und so Und jetzt noch den Hab nur Pup gehört Das ist aber wenigstens Also ne Das ist Das wird er sein Leben lang nicht vergessen Ja Ne, deswegen Die Frau auf dem Mann Oder man Die Frau auf dem Mann Boah, als Rache quasi Festgebunden Also fesselmäßig so Ne, like Boah, geil Irgendwelche Sexspielchen oder so Und dann den Pup drauf gemacht Selbstbewusst die Frau Selbstbewusster Song auch Ich dachte wir machen Dur Also doch nicht Aber wenn du super singst Dann ist das gut Ich hoff's wirklich Also ich weiß es aber Ich hoff's Ich kann das gar nicht angucken, Leute Das ist so Sie wird zerstört Sie wird zerstört Ich bin weg Hilfe, nein, tu's nicht Bitte nicht Nein Ich verstehe nicht, warum sie jetzt so schlecht No Die hat Spinnennetze auf ihren Brüsten No way No fucking way Alter, wir sind keine Spinnennetze Das ist ja wohl Ja, Blutdürste Aber ich musste irgendwo mich Blutdürstern Ich kann auch einfach jetzt Ich glaube ich lauf jetzt einfach den Sie hat aber keine Ult mehr Sie hat mich eingefroren Ja, ich glaube Tostan erlebt halt noch 20 Kills 20 Die hat 20 Kills Really? Tostan Ich kann halt nichts machen Ich hab halt Ich hab keine Ult Und Ult kann ich nichts machen Schwierig Schwierig Aber wir haben kein Baron Das heißt Sie müssen jetzt nur beschäftigen Bis ich den Baron machen kann Äh, den Den Nexus Die Minions killen mich halt Ja, gg Ich will pissen Gg Oh fuck, ne Runde schon wieder Trinne mehr Gameplay On fleek Uff Oh mein Gott Unsterblich einfach Einfach nur unsterblich Uff Ganz dinges Uff Alta Ich weiß ja nicht, du Ich weiß ja nicht Lidena Oh man Unsterblich Warum wartest du nicht auf Annie Alter Stop No Stop Da ist ne C4 C4 Würde ich mir getten Wirklich? 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 Hier ist Ignite Das reicht echt nicht Oh mein Gott Ich hab Turbo inted Turbo inted, Leute Aber, ja, also Ich int grad wirklich turbo Aber richtig turbo Putz Lidena 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 Jetzt ko- Oh, boah, all bad ist das auch nicht Aber ich krieg halt dann Ja, kann ich mitleben Ich bin wahrscheinlich eh nehm ja so Wenn ich jetzt kein Gold Trendplates bekomme Gib mit mir Ich speracette den In-Game-Imagerade Hat er das gemacht, was er gemacht hat? Hier könnt ihr das vielleicht nicht nachvollziehen, aber... Heute ist Kreuzsehen wieder dran, nice. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020